so da bin ich wieder und da glaube ich ach so ja aber decke sollen wir glaube ich nicht machen deswegen böden andere teppiche keramik kacheln andere teppiche wir machen mal teppich ländliche königliches ornament warte wie sieht das aus wenn man wie kann ich zu fahren ok vielleicht so dass er das sieht vielleicht ja das sieht ganz schön aus eigentlich sagt hier ist alles riesig und hier muss man alles einzeln so machen sagt oh mein gott das sieht ja das sieht ein bisschen komisch ich kann das gleich nicht mehr sehen ich glaube das ist keine tolle farbe aber ich habe jetzt schon zu viel davon gemacht wir müssen die nehmen ok ich lass los oh mein gott oh mein gott ich habe es echt gemacht es geht es ist alles voll damit ok da machen wir doch jetzt noch mal eine schöne wand krawalltapeten set andere keramik tapeten motive oh das sieht cool aus eigentlich das ist eigentlich ganz geil ich würde das hier genommen das sieht doch cool aus für die erste wand zack hier die tapeten wenn rauf gemacht zack das sieht cool aus leute ok dann machen wir das nächste dann kommt hier noch das hin das ist glaube ich wasser das ist richtig cool gemacht aber leider ist es sehr teuer und wir geben sehr viel geld aus 97.000 haben wir nur noch wir müssen mal billigeres machen wobei das ist eines der billigsten sachen die es gibt zack ok hier bei den beiden dingern das so Dann auch hier noch so. Das sieht doch cool aus. Okay, Leute, das ist richtig teuer jetzt. Leute, lasst jetzt mal ein Abo und ein Like da, sonst kann ich mir das hier gar nicht leisten, Leute. Das ist richtig teuer. Ich habe nämlich sonst gar nicht genug Geld. Weil das ist sehr teuer alles hier in dem Hotel. Aber dafür haben die Leute es auch schon. Aber das ist nicht hier billig, mein Hotel. Da müssen sie schon für viel schlafen. So, für so vielleicht in dem Ding, weil das hier so toll ist. Ja, in dem Zimmer, das kostet schon so vielleicht so 300 pro Nacht. Ja, das ist es aber wert, Leute. Deswegen guckt alle bei meinem Hotel vorbei. Dann könnt ihr hier schlafen. Vielleicht ist der Preis aber auch billiger. Ich überlege es mir nochmal. Und für euch mache ich dann natürlich extra einen billigen Preis. Ich habe noch 96.000, Leute. Und jetzt, sagt das. Ja, nice, nice. Und hier jetzt noch Hot Dogs. Nice. Ein paar leckere Hot Dogs. Aber Leute, das ist schon teuer hier. Zack. 95.000 noch übrig. Ich bin fertig. Aber die wollen, dass ich die Decke noch mache. Wartet, Leute. Nee, nicht die Decke. Oder? Was fehlt denn hier noch? Ich mache mal das. Okay, ich mache einfach. Das ist eh billig hier. Ich hätte gleich einen Strich nehmen müssen sollen. Anstrich ist billig. Wenn ich das mache, bringt das jetzt irgendwas? Nee, oder? Wo habe ich denn was vergessen? Natürlich hier Wände. Nehme ich das einfach. Das zählt natürlich hier noch zur Wand. Zack. Mit den Hot Dogs. Zack. Zack, wir haben es. Jetzt kommt das Beste. Die Möbel. Okay. Okay, jetzt muss ich hier einrichten. Wir brauchen Stühle und kleinen Tisch. Okay, damit das gut aussieht. Ja. Okay. Wir machen es. Ah. Drücke Q oder E, um den Gegenstand zu drehen. Als Q oder E, um ihn langsam zu drehen. Okay. Markiere das bereits platzierte Element mit dem Zeiger. Okay. Wir gucken mal. Zack. Möbel. Betten. Wir brauchen ein Bett. Okay, wir drehen das. Wir drehen das. Dann kommt hier unser tolles Betten. Schränke. 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 Jetzt kommen... So, Schränke. Ach, das geht dadurch nur weiter weg. Okay, Schränke. Keine Ahnung, wiederum der gehört. Zack. Aber ist platziert. Zack, dann noch so ein Tisch hier hin vielleicht. Dann kann man hier essen. Hier so. Das ist gut. Dann brauchen wir noch Stühle. Eins und Zwei. Dann brauchen wir ein Sofa. Hier natürlich das schönste Sofa, was es gibt. Zack. Dann noch so ein Tisch, so ein Mini-Tisch. Dann noch so ein Sessel. Es muss jetzt schon ein guter Sessel sein, der hier. Zack. Dann sollen hier noch Schränke hin. Zack. Und noch solche Dinger. Ich habe hier eins hin und hier eins hin. Sehr hübsch. Jetzt noch ein Spot, denn dann kann es losgehen. Aber ich will das mal sagen. Das war es mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Abo und Like da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.